Oh fuck! Warum ist gerade jetzt hier wieder so schlecht? Wir haben es geschafft! Sicher? Warum bist du der einzige der ein Level abkriegt? Achso wir haben es nicht geschafft. Ihr wart wieder viel zu langsam! Was ist eigentlich da drüben links? Nix ist da! Deine Mutter! Siehst du das wohl was? Wow! Die sind gleich aus! Der Mist hat trainiert, deine Mutter. Meine Mama ist wenigstens ein echter Kerl. Der Boss scheint ja mega Schisser zu sein, dass er einfach so flüchtet. Schisser scheiß! Ja! Diese Spontanwitze! Ich finde das ist auch gut! Ah geil! 5 Geldsecker für mich! Die droppen richtig viel! Die können gut fahren! Ohne Witz! Ohne Witz! Ja gut doch mal! Ohne Witz! Nimm mir mal ein bisschen Geld, weil ich hab noch nicht genug! Hallo! Hallo! Ich hab am 2. Meister! Geh kacken! Wahaha! Was ist denn mit Bewezel? Ey! Der ist reingerannt hier aus! Ah weg hier! Hilfe! Der ist im seidenen Mantel! Ich muss hier raus! In seidenen Mantel! Jetzt schnell komm! Komm! Nicht treffen lassen! Ich hab irgendwie mit einem Pfeil in den Kopf geschossen! Okay ich kann dich aber nicht nicht treffen lassen! Du musst nur daran glauben! Da war Geld! Aua! Ach du ihr seid ja nicht schnell! Hiiii! Hiiii! Ich stacke hier so ein bisschen! Oh Lisse ey! Please! Oh Lisse! Das sind die letzten! Das sind die letzten! Die hier töten und das war's! Ahhhh! Jetzt komm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Wir müssen da komplett durch! Oh was ist denn das für ein Schein! Du musst viel schneller sein! Es tut mir leid! Du hast kaputt gemacht fast alles! Es tut mir leid! Hermann, du jung! Glli! WHSP-Farm! Ja. Von Geld. Bleib. Beumiii tötelt ihn nicht sammeln! Ne Alter, wenn ich es schaffe, dass ich Greed in Isaac deinem Kopf verpasse. Verheilung! Dann mach ich's. Das hat ja nur ein Schlamm gefangen. Oh man! Jo, er geht beiseite, der Schlamm. Ich muss hier raus, weg! Ich muss hier raus, weg! Ich muss hier raus, im seidenen Mann! Ein ripter Hemd! Vor allem mit diesem Tannenräumchen, ey! Ja, ist super! Alle 1 gehittet! Schinken! Jetzt komm! Scheiß auf Schinken! Aua! Dürfen nicht nur wieder alle so verscheißen wie ich grad. Ich bin erster! Komm, komm, komm! Das ist so easy, da durchzukommen! Warum könnt ihr das alle nicht? Ich komm hier nicht durch, die Sache! Da sind Sterben! Das kann keiner von euch! Ich kann das, ey! Doch, das letzte Mal bist du nicht los! Jetzt fülle die Viecher und du bist! Komm, komm, komm! Fuck! Was ist das? Bummi, du alte Sau! Nein! Kannst du nie mehr durch! Vielleicht könnt' ich hier auf einem Über die Seile springen. Ja! Ja! Na, wer ist hier der Lebewesen da, hm? Egal! Was? Egal. Hey, dann gibt's irgendwas, oder? Die Sputten! Wie das denn? Was isst du dann Dreck? Na Sputten! Wie geil ist das denn? Das Spiel ist so krank im Kopf, ja. Ja, aber wenigstens kackt es damit. Wie der Rest des Spiels. Kommt bestimmt auch noch. Ja, ist so der Running Gag, glaube ich. Ich hab mich genug spucken lassen, sonst dehidrieren sie. Das ist schon eine Habe. Stimmt, das stimmt sogar. Was? Ich hab mir das nicht zwang gespucken, sonst dehidrieren sie. Echt? Ja. Hä? Da machst du so'n komisches... Hä, hä, hä. Ah, das gefällt mir. Mich auch gefällt. Das ist toll. Stell dir mal vor, du würdest... Du kannst den Rest des Spiels... ...alleine spielen. Das war voll super. Mach, das wär total easy. Ich weiß, es war auch total easy. Einfach nur immer W drücken und lenken. W? W, also X, oder was auch immer. Ah, du mit dem Xbox-Control-Lady bist du... Nein, ich hab deswegen... Nein, er hat keinen... Bei mir ist das eigentlich 4-Eck. Mit was spielst du denn denn? Mit nem Playstation-Control-Lady. Er kommt jetzt endlich mal nach rechts, die respawn hier permanent. Ja, schon. Oh. Und darum, darum... Ich komm nicht nach... Hier, ich war ein Tier. Es wird jetzt bestimmt einen retten, oder? Oh, der hat nen Viech, der hat nen Viech! Wir können dafür spucken. Vielleicht rutscht der dann aus. Wow, nicht da rein. Ich will mal nen Viech behalten. Nein! Viech, bleib da! Ne Viech vor allen Dingen. Jetzt komm doch mal! Nach rechts! Das ist einfach so langsam. Was ist denn nach links? Was ist denn nach links? Der hat nen Viech verloren. Was ist denn nach links? Der hat nen Viech verloren. Weil du zu langsam war. Ich nehm sogar Schaden, wenn man die anspuckt. Nein! Nein! Das kann man nicht... Boah, ich kann sogar mit nem Bucken schießen, wenn ich da drauf bin. Ja, weil du Lama-Reiser bist. Lama, also. Äh... Doch, Lama sind... Lama sind schmaler. Es hat nen Hocker. Also es ist ein Dromeda. Richtig. Ja, es hat einen Hocker. Ja, Dromeda. Ein Dromeda. Wie schweißt du eigentlich die ganze Zeit da runter zu fallen? Ey, hier ist was hinter, oder? Ich versuche mit dem Weg zu springen. Ey, Mais. Da steht mein Name drauf. Dann komme mit deinem Namen und deinem Arsch hierher. Der ist da rein. Der ist da rein. Es ist nur ein bisschen nach vorne. Ist hier was? Ah, ist er schon eingegangen. Oh nein! Oh! Das ist ein... ein Tikka! Oh, wie süß! So lässt du den an. Der überkst! Ah, ich hab's gelb. Krieger! Feier! Boah, der macht auf! Der macht verdammt viel schaden. Ja, und der ist auch brutal. Ein Stachelnarm. Warum hab ich eigentlich keine... Rote mehr? 14, ich glaub's nicht. Ja, Greedyless ist greedy. Gar nix! Oh, Hilfe! Ja. Ja, ja. Ja, ich hab's getötet. Ja, ja. Ich hab' gebraucht Geld. Das ist mänzlich. Das ist männlich. Ja, ich hab' gebraucht Geld. Wenn sie tost, das ist... Warum fokust denn mich weg hier? Ich bin immer männlich! Das stimmt. Alter! Also die nächste Frucht krieg ich okay, mein Ding ist fast weg. Meins auch. Meins auch. Aber denn mehr. Aber du hast noch am meisten hier. Dreimal mehr als du. Heieiei. Nein! Da, guck, jetzt braucht er nichts mehr zum Futtern. Jetzt hab ich weniger Leben als er. Ja, jetzt bist du wieder. Mit höchsten Krivetät. Mit höchsten Krivetät. Dann bin ich so gut. Scheiße, du wirst mich halten. Hältet mich am Leben, Poops Power. Poops Power, Poops Power, Poops Power, Poops Power. Poops Power. What the fuck. Warum habt ihr es? Wir könnten auch die ganze Zeit in seiner total hohen Stimme reden. Wieder ein bekannter Bumi, ne? Das ist nicht mein Bekannter. Das ist der Bruder von einem Kumpel. Ach so, ja. Und was ist mit dir? Keine Ahnung. Weißt du, das ist so ein Zwei-Meter-Kern. Übelst du ja Matt da. Und wenn du den siehst, denkst du dir so, oh scheiße, man. Dem möchtest du nicht nachts in einer Seitengasse begegnen. Oder mach dir den Mund auf und du liegst nur noch am Boden. Das hat Bumi jetzt schon dreimal auf meinem Kanal zu sehen. Drei verschiedene Videos. In dem hier. In dem FAQ-Special. Und noch so eine Skype-Configie. Der sieht das bestimmt irgendwann mal. Eines Tages. Irgendwann steht auf deiner Matte, ich kann nicht losgehen. Ich töte dich. Mal kalt du! Mal kalt du! Das geht aber allen auf die Masken. Biene! Ich dachte ich habe die für eine, die... Geld. Das sagt der, der hier die eiskalt mal die 600 hat. Guck mal, ich gib ihn hier bei 150 rum. Das erinnert mich irgendwie grad an den Kabarettisten und so ein Bild. Da siehst du so eine Yacht im Hintergrund. Boah, wie cool ist das denn? Volleyball! Ne, Boden lassen. Na, ist dann die einen Punkt. Teamplay, Leute! Teamplay! Okay, komm! Kann ich den nicht einfach so umhauen? 4-2! 4-4! Bis 5, ne? Oder? Na, ich glaub schon. Jawohl! Ne. Die können ja gar nichts. Sag ich mir so schön, ey. Man kann sie wegflampieren. Trost. Mach was. Zu viel flampieren. Zu wenig gemacht. Alter. Ich komm mit dieser Höhe nicht klar. Umnatzen, Leute. Das geht nicht so leicht. Ja, wir haben ne Karte. Ich hab ne Karte. Das wird besser mit meinen XP. Ich hab mehr als den. Ja, warum wohl? Charakter? Kann man den nehmen und spielen? Ja. Geil. Ja, ja, jetzt sind wieder 2 Level, ne? Gar nicht, war ja nur 1. Muss ich jetzt mal zu gut halten. Da ist ne Karte. Oh. 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 Okay. Ja. Ich glaub, da musst du glasen. Wir können auch Sandwich Power probieren. Ja. Mach mal Sandwich Power. Ne, das kannst du nicht rausreißen. Wir brauchen irgendwas. Ja. Wir brauchen, äh, die Karte vielleicht. Den Ventilator. Oder was steht noch mehr? Hm. Ventilator darüber. Sumpf. Komm rein da. Oh, wir haben läuft. Er tritt einfach aufs Gesicht. Das ist ein Wichse, ey. Right in your face, Biatch. Sind die jetzt Verbündete oder nicht? Ja, bestimmt. Hat. Ne, die kackt nicht. Bis jetzt haben alle Verbündeten im Spiel gekackt. Außer die Ritter. Die tun nix. Und das sind keine Ritter, also müssen die auch kacken. Was? Sind keine Freunde. Die scheißen nicht auf uns. Ich bin nicht am Fable. Am Fable 3. Am Fable 3. Was war das? Das hier. Fandet ihr Fable 3 schlecht? Ne. Aber das war auch das erste, was ich gespielt hab. Ich find Fable 2 richtig geil, außer der Endpost. Der Endpost, der war total lächerlich. Oh ja. Also ich fand zum Beispiel Fable 3 super. Fandst du auch schlecht? Aber als Mage war es halt wieder so GG wie in den meisten. Fable 1 ist geil. Singleplayer. Das hab ich da und muss mal wieder spielen. Ich muss das auch mal spielen. Du musst mir... Ich hab's dir extra zu Nikolaus vor einem Jahr geschenkt. Vor einem Jahr? Ja, vor einem Jahr. Nein, das hast du mir diesen Nikolaus... Nein. Ja, das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr. Das ist schon richtig. Oh scheiße. Man kann die scheiß Steine nicht treffen. Du hast das nicht einmal gespielt.